Wieso hast du hier die Kiste offengelassen? Keine Ahnung. Bug. Definitiv. Bam, dam, ram, pan, pan. Düm, dü, 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 dü. D, 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 d. Ich habe irgendwie das Gefühl, das reicht einfach nicht, dass wir hier einen Platz haben. Wahrscheinlich nicht, deswegen überlege ich, ob wir das Lager nicht vielleicht nochmal verbreitern, vergrößern, verwinkeln, whatever. Das werden wir tun müssen. Das denke ich wohl auch. So. Das können wir da hinfriemeln, dann können wir nämlich hier mal und hier mal und hier mal. Jeder Ziegel mache ich jetzt einfach hier rein. Passt. Tja, ich hätte ja ganz gern noch eine Mod, womit man dann anwählen kann, was man haben will, weißt du? Oder eine Möglichkeit, wo du dann unten an einem Table stehst und dann mittels, weiß der Geier, Impulseit im Dakt oder was, das Knöppchen für das jeweilige Baustöpfchen drückst und dass dir das zugeschickt wird. Das wäre natürlich richtig geil, aber da werde ich ja echt extrem hohlfoul. Also nicht hohlfrucht, sondern hohlfoul. Abyssstein. Koksblock. Kohleblock. Hier habe ich auch noch Abyssstein. 67 Stück. Abyssstein. Koks habe ich hier auch noch zu liegen. Hier ist auch noch Abyssstein. Unter der Trebbe. Und die Blinds, die du haben wolltest. Warte mal ganz kurz, warte, warte, warte. Ascheblock. Ascheblock. Wozu brauchen wir eigentlich den Ascheblock mal ganz im Ernst? Den brauchen wir eigentlich gar nicht, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht genau. Müsste mal in die Rezeptlisten gucken. Vielleicht hast du ja da irgendwie... Also Holzkohle hast du eingelagert, ne? Das hatte ich eingelagert. Ja. Mit Hühnchen. Hühnchen gibt's auch. Hühnchen. Ohleih, braucht der Kobalt hier lang. Ähm. Ganz wie ich das gern hätte. Hier, guck doch mal bitte. Mal oben. Geht sofort los. Bin sofort da. Okay. Sollen wir schnell noch die vier Barren anfertigen hier. Die sind jetzt fertig. Dann kann ich die jetzt auch gleich einsammeln, wenn sie komplett vorhanden sind. Was ja so eine Sache ist hier. So. Silberbarren hab ich nochmal. Und Kobaltbarren hab ich nochmal. So. Die schmeiß ich jetzt hier direkt rein. So. Pass mal auf. Ich pass mal auf. Pass mal auf hier. Wir haben doch Kupfer. Kupfer. Fähne. Ei, super. Und Stahl haben wir ja hier. Ach. Ja, das ist hier oben. Owe. Weil den hat... Guck mal mit hoch, bitte. Obwohl, nee. Ich hab Platz genug. Weil hier sind auch nochmal Kupferbarren. Dann hauen wir die da raus. Und machen den frei. Zack. So. Kommen Sie mal her. Machen Sie sich mal frei. Äh, was? Mach doch... Mach doch da den... Den Abyssstein rein, oder? Ja. Ich weiß zwar nicht, wofür der gut ist. Der kommt aber von Railcraft. Also muss er für irgendwas gut sein. Haben schon reingemacht. Du kannst ihn einfach reinwerfen. Okay. Oh. Kupfer, 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 kupfer. Oh. Was denn? Hehe. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Dankeschön. Warte. Der war äußerst lecker. Ja, finde ich auch. Ich krieg ihn leider nicht leer. Ja, das letzte Stück gehört dir. Später. Das bist du doch. Hä? Das bist du doch. Was bin ich? Das letzte Stück... Äh, nein. Nee, ich bin leer. Nein, du bist ein Stück. Was? Ach, weißt du was? Ja, bitte. Bevor wir uns jetzt ins Bett legen, lieber Emmes... Ja, wir legen uns nicht. ...habe ich... ...habe ich jetzt noch... ...äh... ...etwas zu erledigen. Okay. Lass aber bitte mein... ...mein... ...mein... ...mein Kohlevorrat in Ruhe. In deinem Raum habe ich was zu erledigen. Das ist quasi die gute... ...äh, die gute Nacht... ...die Geburtstagsüberraschung gewesen. Ah, cool. Und das hat sich auch schon erledigt. Es ist schon weg. Alles fertig. Du hast mir meine Trophäen geklaut. Ja, genau. Ich habe gesagt, es ist eine kurze Geburtstagsüberraschung. Kein Geburtstagsdiss, du Egodist. Du bist ein Freak. Das ist nicht mehr normal. Oh, Creeper. Unfassbar. So, jetzt müssen wir den ganzen Mist hier... Warte mal, den werden wir jetzt hier mal löschen. Das geht so nicht. Wir gucken. Du hast gesagt, es ist fertig, oder? Ja, ja. Wir gucken. Ja, guck doch. Wow. Dankeschön. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn du jetzt auch nur irgendwas Böses dazu sagst, werde ich sauer. Du hast es dir gewünscht. Ich habe das da hingemacht. Jetzt wird es auch genommen. Naja, eher war das... Also, das war eher Ironie und so, ne? Ich nehme sie wieder runter, so. Oh, guck mal, wie schnell er dann da ist, weißt du? Nö, ich wollte nur ins Bett. Jaja. Wolltest du. Legst du schon? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Weil ich bagge rum, warte mal. Dann leg dich doch mal hin. Oh, lol. 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 Die, 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 die. Kann ich aufstehen. Escape. Ah, wie ich es drauf habe. Wie ich es einfach nur drauf habe. Ach, das wusste ich doch. Ja, ja. Ich wollte einfach noch mal gucken, ob du es weißt. Du wolltest mich nur testen. Ach, Enes. Ja, bitte. Hier. Alles Gute. Nachträglich zum Geburtstag. Ah, Dankeschön. Oh, bist du lieb. Gib mir meinen Kuchen, danke. Toll, Kuchen reicht nicht. Ich muss ja auch noch Fleisch essen. Hm, Fleischkuchen. Warum stehen jetzt hier so viele Blümchen? Ach, ich habe da mal welche hingestellt. Okay. So, jetzt wollen wir den ganzen Spaß mal zusammenziehen hier. Okay. Der ganze Mist kommt da jetzt erstmal rein. Wieso habe ich 64 Ofenkartoffeln? Weiß ich nicht. Meinst du jetzt, wir tun alles von den Kisten in die eine Kiste? Ja, damit wir einfach mal ein bisschen Überblick haben, was da noch ist und was nicht. Nee. Ping, 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 ping. Oh, mein Schlafsack. Schlafsack. Nein, gib mir meinen Schlafsack. Was? 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 Wie los? Spakt. Bist, ja. Du bist Spakt. So, Tree Taps. Sollen wir Tree Taps einlagern? Nee. Oh. Oh, gepriesen seist du, oh Emmes, großer Gott aller Fels dieser Welt. Ade. Na, was ein Glück, dass du es schon repariert hast. Ja. Ich hatte gerade eben einen Glowstone in den Fingern. Ähm. Wir haben einen Barrel für Kisten, oder? Ja, hatten wir. Ja, haben wir. Ich glaube, wir haben einen Barrel für Kisten. Ey, dann... Wobei wir die Kisten nicht wirklich, äh, einlagern müssen. Doch, doch. Weil wir haben schon wieder zu viele. Haben wir echt einen Barrel für Kisten? Ja, wir haben einen Barrel für Kisten. Gut, dann kommen da jetzt noch 18 Stück. Bupa. Ähm. Sumsen ist Bupa. Mal bitte, in der Kiste, da sind noch Zombie-Köpfe. Die hast du doch vorne im Regal drin, richtig? Sumsen ist Bupa, Schicken ist Föhn. What? Sumsen ist Bupa. Und Schicken ist Föhn. Der Ziegelzaun kommt weg. Jetzt ist nur einer. Doch, Ziegelzaun. Hier, Redstone-Fackeln kommen auch in Barrel. Redstone-Fackeln. Oh, hier haben wir sogar noch vier Raffineries. Mhm. Das ist ja ganz schön raffiniert. Das Brot kannst du essen. Koksblock kann ich doch wegschmeißen, oder? Koksblock? Nein. Der kommt unten in die Töpterflock. In die was? Töpterflock. Ja. Einen Sattel hatten wir auch schon. Töpterflock. Ja. Hier, das Korallenzeug von Biomes and Plenty schmeiß ich jetzt auch weg. Ja, schmeiß man. Weil das sind Sachen, die benutzen wir einfach nicht. Das sind auch noch ohne Ende dieses Sonnenblumengedöns. Ach ja. Pulverisiertes, verröseltes Metall sollte eigentlich mal gebrannt werden. Schwefel kann auch in die zu den steuern. Gummibaumsetzlinge, Gummibaumsetzlinge, Gummibaumsetzlinge. Ich nehme jetzt erstmal die Setzlinge raus, okay? Ja. Die Dichtung aber bitte nicht wegschmeißen. Also die da, die habe ich gelöscht. Ah, schade. Umhergeisternde Seele, Biomes and Plenty, schmeiß ich jetzt auch weg. Ascherhaufen kann weg. Fleischbrocken kommt weg. Wird langsam echt mal Zeit, dass wir hier aufräumen. Neta Salpeter. Neta Salpeter. Jo. Hier, die Namensschilder kommen weg. Nein, die kommen nicht weg. Habe ich schon weggeschmissen. Tut mir leid. Dann muss ich mir neue organisieren und dich damit dann erschlagen. Gegendrin. So, Bücher. Da müssten wir eigentlich mal ein Bücherregal bauen. Das müssten wir eigentlich mal machen. Da sind nämlich Bücher drin. So, aller Anfang ist schwer und so. Weißt du? So, ich... Ich habe ein Ei. Ja. Gibt es einen Tisch? Es war auf dem Basteltisch. Du hast den Kuchen auf der Werkbank gemacht. Ja. Welche, Weide, Fichte. Birke, Mammut. Hier so ein Eichenholz-Bücherschrank wäre doch mal eine schöne Sache. Cool, wir haben Tannen. Drei Slaps und vier Blöcke. Äh, sechs Blöcke. Wozu brauchen wir sechs Stacks an Feuerstein? Keine Ahnung. Und davon ganz schön viel. Eterwarzen, weg. So, jetzt gibst du mir mal hier die... Das Schriftmaterial raus. Akazien. Ach, ich mache das jetzt einfach hier hinter. So, ich habe ein Bücherregal aufgestellt. Was ist denn mit den Betten? Warte mal. Warum? Das heißt, warum? So. Ähm. Mindfactory Reloaded oder Industrial Craft? Was findest du besser? Das ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Echt? Ja. Gut. Wobei, äh, Mindfactory Reloaded die aktuellere Version hat. Gut, dann schmeißen wir die... Dann schmeißen wir die 13 Industrial Craft Gummibaumsetzlinge weg und behalten die 47 Gummibaumsetzlinge von Mindfactory Reloaded. Äh, nee, das kannst du wieder nicht machen. Warum? Nee, die Gummibaumsetzlinge werden wir beide brauchen, weil das zwei verschiedene Gummisorten sind. Und auf dem einen hast du direkt Gummi, also Rubber gedötzt und auf dem anderen hast du Kautschung. Und auf dem anderen hast du Kautschung. Haben wir einen Barrel für Eichenholz-Slaps? Eichen? Oh, warte. Oh, warte. Das sieht nicht so aus. Doch, doch, Eichenholz-Slaps waren hier irgendwo. Ja, ach, nee. Also du meinst Eichenholz-Stufen? Ja. Ja, haben wir. Hört. Sehr schön. Wie man in Hessen sagen würde, dich kann man schicke. Wer schickt wen wohin? Ach, weiß ich noch nicht. Vielleicht schicke ich dich. Über den Jordan! So. Oh. Mond. De, de, de. Ach, ist das herrlich. Guck mal, hier auf kleinstem Raum hantieren wir hier in Minecraft rum. Was machen wir mit den Betten? Tja, wir können sie beim TK in den Raum stellen. Da sind sie wenigstens mal weg. Ja, TK ist ja eh eher ein seltener Gast. Dann kriegt TK auch gleich mal ehrenhalber richtig viele Betten. Richtig. Warum nicht? So, was wir noch einsetzen können, sind Loren. Loren. Loren, 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 Loren. Lorelein und so weiter. Kupferbeerenbusch schmeckt metallisch. Schmeckt metallisch? Kupferbeerenbusch, im Englischen war hier ein Wortspiel. Kupferbeerenbusch schmeckt wie Creeper. Aluminiumbeerenbusch, Busch, weiß Schokolade. Kupferbeerenbeerenbusch, Tinnmann. Hä? 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 Alter. Okay. Ähm. Boote, haben wir zwölf Stück. Sollte man auch einlagern. Boote. Ähm. Yo, mach die nach oben. Das ist im Übrigen ein Insider. Ja. Wenn ich, wenn ich Boote sage. Wir haben ja auch noch sieben Ziegel. Einlagern. Jetzt ziegel mal nicht so rum. Haben wir denn noch? Betten. Liegt unten noch was Interessantes, was man einlagern könnte? Verröse, verröse Barren, aber die sind, äh, sind schon eingelagert.